Ich hab 8 Kills oder sogar. Nice. Und jetzt hätte ich gern Wiederholung. Oh nein leider nein. Ja interessante Accounts schon wieder. Ich nehm ne Kevlar. Wohin darf man hier sein? Ach entweder, ja keiner. Oben kannst du dich reinstellen, genau. Kannst du kurz oder ich, ähm kurz du Monster. Monster kommt. Beide Monster. Einer links, einer rechts. Alter, der links ist rechts. Wie schlecht willst du schießen? Ich gerade, ja, upshot ist er. Kommt. Danke fürs Foto Finish. 68 im Viertel. Der hat ja ne Decoy dabei. Süß. Nehm ne Smoke mit. Und ne Famas. Ich smoke short. Decoys ist meine. Die haben auch ne Decoy geschmissen. Uhu. Durch die Wand gebänkt, weil er geschossen hat. Andere Short. Was? Ich hab ihn durch die Wand bekommen, weil er geschossen hat und dadurch wusste, wo er rumliegt. Das ist halt dann aber auch selber schuld. So, ich smoke short wieder. Es gibt ein bisschen Zeit. Geh mal trotzdem mit unten rum. Ja, mach das. Wie fühlst du dich mal da oben so auf verloren im Posten? Ja, wenn du ne AWE hast, ist ein geiler Spot. Oh. Okay. Hier nix. Ich glaub beide short. Ja, da sind auf jeden Fall irgendwie Steps oder sowas. Versuch den Baggedy Step zu machen. Ja. Hat geklappt. Haben mich aber beide angeguckt beim Baggedy Steps. Aha. Es ist auch immer der Moment, wenn sich dann beide auf einmal angucken. Dass du dir denkst, was ist denn jetzt los? Wir wussten nicht. Oder du kommst ja schon. Oder haben wir drauf gewartet, dass da jemand kommt. Grenade. Deploying Flashpoint. Okay. Hier frisst die hier. Alter, der Negev. Achso. Der liegt. Macht der mal. Alter. Die sind nicht gut. Ja. Vor allem wenn sie schon wieder mit einer Negev antanzen. Whoop. Komm. 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 Chuck. Schlau. 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 Ich glaube der ist hier oben. Das ist eine Bombe. Kommt bei mir. Alter. Jetzt wird es gerade ein bisschen lächerlich. Es tut mir leid, dass ich dir alle Kills wegnehme. Alles gut mache ich. Ich bin auch dabei. Das war eine Bison, okay. Ja gut. Habe ich mich halt verhört. Hi Cry. Hi Cry. Ohm bedauern. Andere Short. Nice. Ich schieße auch wieder Füße ab. Ja ich hatte auch in 4. Aber der Flashpeak der Funst. Den ich mache. Ah den machen Ausland. Joa ne. 5-1 ist ein Brett. Ja. 6-1 wäre ein stärkeres Brett. Ich habe dir vorhin geschrieben, ist genug Zeit dann für Döner und so. Darf ich raten, du hast den Döner vergessen. Naja alles gut, habe Döner geholt. Achso. Ich bin dann anstatt um 17 Uhr, wie ich eigentlich los wollte, bin ich also um 18 Uhr noch. Ah ja gut. Ja doch zeitlich ein bisschen knapp. Sie haben es aber trotzdem rechtzeitig geschafft. Ja. Ja. So ein bisschen. Ja du, ist halt einfach mal so. Ab und zu ist mal ein bisschen verballert. Ja. Aber nur ein bisschen. So. Kann man jetzt bitte wieder, schau noch Fußball zu Ende und dann komme ich. Den schaust du gerade an, fußballtechnisch. Was spielt heute überhaupt? Ich weiß es nicht. Spielt heute überhaupt deine ersten? Ich glaube es ist Freitagsspiel immer noch. Na gut, Freitagsspiel ist immer. Letzte Woche nicht. Nicht? Achso, wegen Ostern. Nee, Karfreitag. Stiller Feiertag. Schau, wo? Keiner da. Ups. Der Diegel mich weg. Die flog lustig. Ja, warum soll ich da jetzt? Der muss die Bombe klämpfen. Schau mir Bielefeld an, dritte Liga. Ah, okay. Bielefeld, ah ja. Nice, hast du gut gemacht. Gegen mit Schweden. Bielefeld, dritte Liga. Ja. Kann man machen. Die müssen bei dir kommen wahrscheinlich. Bis jetzt noch nichts. Die stehen hinten. Ganz hinten mit der Skull. Meine Oma ruft dann. Hallo Oma. Hi. Ja, ich komme gleich so in fünf Minuten. Ja, bis gleich. Ciao. Hat sie was Feines für dich? Oh, der geht nicht runter. Ich schlafe. Das ist natürlich nicht so gut. Kann ich nicht schlafen, Leute. Wahrscheinlich hat sie einfach keine Kraft in den Armen dran. So, er muss planten. Er muss planten. Dark rückströmung, also. Er steht wahrscheinlich einfach auf Kampsporn von denen. Das ist mir scheißegal. Nee, paar Schritte. gegen Ingolstadt spielen sie. Oh, okay. So, brasilianisch. 7-1. Ja. So, jetzt machen wir noch eine gute Pistol und dann ist so gut wie Geschichte. Ich gehe Knallgas über Short. Oh. Oh, wo rennst du hin? Weiß ich auch nicht. Okay, du kommst Tür raus. Das ist interessant. Musst du aus der Tür raus. Mach mal die Tür auf. Bin schon raus. Achso. Das war ja mega der Augenblick. Ja, ja. Oh, mega laut, weil die Tür hörst du. Einer hinten drin. Einer da. Und einer oben. Einer oben. Einer. Alter. Die machen sich ja schon wieder gegenseitig. Alter, der eine hatte nur noch eins. Plus 300 habe ich mir gehört. Nice. Gut gemacht, Junge. Vor allem der eine hatte nur noch eins. Der Team-Mate hat ihn auf so low gemacht. Da haben wir keinen Bock mehr. Weiß ja nicht, wieso, dass die heben gehen. Oben sehe ich nix. Nicht da nirgendwo, überhaupt irgendwas. Au, oben. Scout. No scope macht er. Hat nicht so gut funktioniert. Alter. Was ist die Scheiße? Die waren echt schlecht. Das ist halt das Üble an den Silberlobbys. Du kannst voll die kranken Leute hier haben im Wingman. oder voll die Luschen. Das waren voll die Luschen.